Leute, willkommen zum nächsten X-Defined Video. Ich habe die neuesten Patch Notes für euch. Wenn ihr das Video jetzt seht, kann es sein, dass X-Defined gerade nicht spielbar ist für ca. eine Stunde. Wir schreiben den 12. Juni. Es gibt einen interessanten Patch, der ein bisschen was Wichtiges fixt und vor allen Dingen etwas patcht und nerft, was extrem nervig ist. Und es kommt dir so vor, als würdest du ständig gegen irgendwelche Kängurus oder Hasen spielen, die auf Ecstasy sind. Dieses nervige Jump-Gespamme wird gefixt und ist nicht mehr machbar. Das ist eine richtig feine Sache, weil das ist einfach nur absolut belastend und macht das Spiel absolut kaputt. Ich möchte euch die Patch Notes einmal vorlesen. Wir fangen direkt mal an. Spielablauf. Es wurden Zielstrafen für Spieler hinzugefügt, die die Sprung- und Kriechtaste voll ausnutzen. Auch bekannt als die raffinierte Taktik des Jump-Spamming. Auch bekannt als der wahnsinnige Vorteil des Jump-Spamming und so weiter und so fort. Die Meinungen gehen da auseinander. Spieler können jetzt im... Also Spieler gehen... Also das ist jetzt der eine Patch gewesen. Also du bekommst eine Art, wie die Strafe aussieht. Es kann sein, dass du irgendwo Probleme mit Zielen hast. Es wird dann auf jeden Fall nicht mehr möglich sein. Wie genau, das müssen wir mal ingame gucken. Das kann ich euch jetzt noch nicht so genau sagen. Spieler können jetzt im Escort-Modus das Paket mit der Gewissheit schieben, dass sich ihre Beine nicht vom Rumpf lösen und sie stranden, was schon mal vorkam. Ich kann euch nicht alles perfekt erklären, weil ich auch nicht alle Macken im Spiel kenne. Deswegen jeder, der ungefähr weiß, was ich hier meine, der ist wahrscheinlich auch davon betroffen gewesen. So, weiter im Text. Waffen. Verschiedene Feinabstimmungen für das Schießen auf große Entfernungen, einschließlich einer leichten Verringerung der Laufgeschwindigkeit, wenn man den Atem anhält, während man eine Waffe mit Zielfernrohr führt, was durchaus einfach nur Sinn macht, wenn man darüber nachdenkt. Also hier und da schmeißt Ubisoft immer noch ihre Gedanken dahinter, was sie sich dabei gedacht haben. Die Art und Weise, wie Scharfschützen zurückschrecken, wenn sie von feindlichem Feuer getroffen werden, wurde überarbeitet, wobei das Zurückschrecken verstärkt wurde und auch bei ihren Treffern anhält. Ein PC-spezifisches Problem wurde behoben, bei dem Spieler ADS nicht einschalten konnten, nachdem sie ein Spiel abgeschlossen und die Spieleingabe geändert hatten. Also du konntest nicht mehr ins Visier rein wechseln. Im weiteren Text. Wir sind jetzt bei Socials. Ich scrolle ein bisschen weiter hoch. Ein Xbox-spezifisches Problem wurde behoben, bei dem die Xbox-Schaltfläche im Social-Menü im Spiel nicht mehr funktionierte, nachdem ein Spieler von dieser Konsole eingeladen wurde. Ein Problem wurde behoben, dass es blockierten Spielern ermöglichte, euren Chat, also die Nachrichten in eurem Chat zu lesen. Die Ping-Berechnung bei der Spielersuche wurde optimiert, sodass ihr Zugang zu einer großen Gruppe von Spielern habt, die eure Ping-Eigenschaften teilen. Spieler waren nicht in der Lage, einem fast vollen Spiel beizutreten, obwohl sie von jemandem eingeladen wurden, der sich bereits im Spiel befand. Gute Neuigkeiten, jetzt können sie es. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler einem laufenden Spiel beitreten konnten, dass nicht zu ihrer sorgfältig angepassten Controller- und Matchmaking-Einstellung passte. Weiter im Text. Ich finde das geil, dass sämtliche Probleme, die so auftauchen, worüber sich die Community offensichtlich beschwert, auch relativ schnell behoben werden. Dieses Jump-Spamming zum Beispiel oder die Sniper-Stärken und so weiter, oder dass das jetzt relativ schnell schon passiert in der Pre-Season, ist eine absolut feine Sache und spricht einfach nur für dieses Spiel. Am Netcode wurde ein wenig was geändert. Ich kann hier aber leider nicht so ganz genau sagen, was die damit meinen. Wir haben am Netcode Libertats, medizinische Fähigkeiten waren so stark, dass sie Bandbreite verbrauchten. Was die mit Bandbreite meinen, weiß ich leider nicht. Das wurde behoben und in Klammern das Bandbreiten-Problem nicht die Heilkraft, die unangetastet bleibt. Also die Heilkraft bleibt. Bandbreite schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was damit gemeint ist, da ich Libertats-Fähigkeiten nicht nutze. Ich spiele die Fraktion sehr, sehr selten. Es wurden zusätzliche Korrekturen vorgenommen, damit Echelon-Spieler nur unsichtbar werden, wenn sie den digitalen Ghillie-Anzug benutzen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und nicht ihr ganzes Leben lang. Sie sollten zwar heimtückisch sein, aber was soll's. Es wurde korrigiert, wie die Leistungen der Libertat-Schlachtfeldmedizin am Ende jeder Runde hervorgehoben werden, um wohlverdiente Anerkennung der Gruppe zu erhalten. Also am Ende, wenn das Spiel vorbei ist. Geräte. Früher hat die Kamera gewackelt, wenn Sprengstoff in der Nähe explodierte. Unabhängig davon, ob du Schaden genommen hast oder nicht. Jetzt wackelt die Kamera nur, wenn du auch wirklich davon getroffen bist. Was natürlich ebenfalls Sinn macht. Kartenänderungen. Die Ausrichtung der Flaggen auf der Karte Liberty wurde optimiert. Verschiedene Änderungen. Verschiedene Absturzbehebungen. Die Pop-Up-Häufigkeit der Bennett for Talk City. Benachrichtigungen wurde reduziert, da man weiß, wer man ist. Ein Problem wurde behoben, das verhindert, dass Spieler Fähigkeiten und Geräte einsetzen konnten, nachdem sie die Steuerungseingabe geändert hatten. Das Buzzkill Achievement wurde nicht freigeschaltet, aber jetzt wird es planmäßig freigeschaltet. Bisher wurden kosmetische Gegenstände an einigen Stellen als verfügbar angezeigt, aber nicht an dem Ort, an dem man sie tatsächlich bekommen konnte. Das ist jetzt ebenfalls behoben. Ladies and Gentlemen, das ist der aktuellste Patch. Schreibt gerne mal rein, was sagt ihr zu diesem ganzen Bunny-gehoppe, gecroucht, gespammt und dem ganzen Spaß. Ich finde es richtig, richtig geil. Es gab vor kurzem nämlich eine Beschwerde auf X. Da hat sich jemand richtig ausgelassen, dieses ganze Bunny-gehoppe und hin und her und das muss gepatcht werden. Warum bringt Ubisoft nicht einen vernünftigen Shooter raus? Und da hat sich tatsächlich Mark Rubin, der da ganz oben sitzt, hat da drauf reagiert und hat dem Typen geantwortet und hat ihn tatsächlich öffentlich auf X gefragt, was zum Teufel der Typ raucht. Ich habe es jetzt leider nicht vorbereitet. Ich habe es irgendwo auf meinem Handy gespeichert, habe es jetzt aber hier nicht mit eingefügt, aber ich fand es richtig geil. Und er hat dann einfach nochmal klar gemacht, dass bestimmte Probleme bekannt sind, die auch jetzt gefixt werden. Aber da es nun mal keinen Knopf gibt, der von jetzt auf gleich Probleme beseitigt, müssen die natürlich daran arbeiten. Das ist völlig klar. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass das alles sehr schnell passiert. Kennt man von konkurrenzfähigen Spielen leider nicht so, dass das da so schnell geht. Können wir nur hoffen, dass die Kommunikation und die Schnelligkeit von Behebungen weiterhin so bleibt. Das spricht extrem für Ubisoft und X-Defined. Auch wenn ich weiß, ich bin noch nicht lange im Ubisoft-Universum unterwegs, aber ich kenne unter vielen Videos viele Kommentare von euch, die mit Ubisoft-Titeln groß geworden sind und auch aktuell da am Start sind. Da ist die Kritik immer sehr hoch. Du kennst Ubisoft wohl nicht, das dauert immer alles ganz lange und das funktioniert immer alles nicht. Verstehe ich und ich bin da mit gemischten Gefühlen an diese ganze Geschichte ran. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich positiv überrascht, mal abgesehen von dem Riesendelay, bevor das Spiel dann endlich rauskam. Leute, das war es von mir. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren usw. Das war es von mir. Haut rein. Ciao.